Was müssen wir hoffen? Die Heikionische Assoziation für radikale Philosophie ruft die Welt zur Hoffnung auf. Sie veranstaltet vom 21. bis 23. Oktober 2022 eine Tagung über Ernst Bloch und die Utopie. In Zeiten, in denen ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist, sind die objektiven Fantasien einer Utopie Einsicht in die Notwendigkeit. Unsere Zeit, das ist postmodernes Verzagen, Ideenlosigkeit in grau und gräulicher Notwendigkeit. Lernen wir also wieder die Zuversicht. Lernen wir mit Ernst Bloch die Erkundung des noch nicht Gedachten. Große Erwartungen gegen kleine Sehnsucht. Ein neues Jetzt, ein anderer Morgen. Arbeiten wir an der Front. Denken wir uns das Neue in einer offenen Welt. Und wenn alles nichts hilft, dann können wir Eisvögel noch immer über unsere Schicksal lachen. Kommen Sie also zu unserer Konferenz. Kommen Sie am 21. Oktober 2022 in die Galerie KUB, dem Zentrum für zeitbasierte Kunst und politische Kultur. Sie hören Martin Sonneborn, Francesca Vidal, Klaus-Dieter Eichler und viele andere. Kommen Sie! Kommen Sie! Kommen Sie!